Bist du soweit, Sir Kritzelot? Ja, ja, komm, Sir Baritzelot ist jetzt langweilig. Baritzelot. Boah, Federei Fneft überhaupt nicht. Das ist mega am Leggen. Ja. Wir sollten unsere Serverstrategie nochmal überdenken. Ja. Gibt doch stimmig. Immer wenn wir aufnehmen, schließen wir in den Community-Server für eine Stunde. Geil. Ich hätte, die freuen sich. Ja, ja, das wird richtig lustig. Boah, das kannst du ja nicht mit ansehen hier. Sind wir überhaupt noch da? Ja, ja, ich seh dich. Folge er mir! bei der macht von greyskull will ich ehrenwerter tag zum kampf schnee oh mein pferd ertrinkt schwimmen pferdchen schwimmen du bleibst hier genau ich nehme es einfach mit binde dich jetzt an diesem baum rosalina das kann man nicht oder kann man nicht schade du kannst einfach mit schleifen ja dann schleife ich dann jetzt mache ich auch hatten die nicht einen esel hatten dann auch konnte man auch tun und hier anballern ja ja unsere schaffe ging schon ab wann deine dass noch diese kranke mega schaufel nämlich habe ich aber nicht bei das ist die ganze mal so ganz normale der mannschaft meiner hat naja effizient 2 da gerade mal scheint sie auch mal eigentlich mit regnen sonst kommt hier nicht schon wieder neue schnee hin und zerstören nicht keine schnee landschaft naja schwund ist immer hatten wir ja schon richtig schwund ist immer hier wachsen die bäume auch nicht weil das der chunk nie geladen ist richtig deswegen schneid sie auch nicht weiß die ganze die erde weg es geht viel zu schnell aber auch teilweise zu stellen die ganze landschaft so keine guten ritter sind ja auch könige richtig so fertig also ich habe hier jetzt wir können das doch hier gleich zu schnee machen oder ja ja mache ich gerade muss man doch zu schnee machen oder ja ja wie viel braucht man davon muss man vierer machen nein ich meine wie macht man den schnee man zwei schneeblöcke und dann einen kürbis drauf richtig okay so ich habe 62 wo ist mein pferd keine ahnung mein pferd ist weg ich habe mein pferd einfach weil die du bist bei mir damit dass mein pferd möchte bei mir auf den schoß nicht mein pferd haben da ist mein pferd muss meine leine das hat sich einfach losgerissen ja aber die würde ich auch gerne losreißen so ich habe jetzt 64 gut landen wir nach hause ups pferd nein waldi nein nein fuck du hast dir beide eingesperrt ich bin aber auch fame heute fame ja richtig fame ja nachrichten die ich hier bekomme hoppala reite wie reite wie der wind scheiße oh ich war gerade in der erde aha warum heißt dein pferd waldi ja warum nicht wie waldi mein pferd heißt der schlachter der schlachter mhm pferdewurst döner nein oh es ist tot komm hierher willst du hierher kommen man kann mit pferden nicht schwimmen anscheinend mein pferd ist geschwommen ich hab's dann wieder an den rand gedrückt und dann äh ich spring einfach hier rüber hä ach ahhh gloreich zum sieg getrabt wie die bevölkerung uns schon erwartet und uns sich freut dass wir den schnee mitgebracht haben ja 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 der ganze marktplatz ist voll boah man sind hier menschen das ist gut gemacht hast du gut gemacht ja fein 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 so da kommt es jetzt so und jetzt so jetzt kürbisse holen haben wir noch kürbisse ja hundertprozentig im ansonsten farme ich farme ich jetzt welche ne wir haben ja ganz viele bestimmt paar kürbisse habe ich ja hier da hier ist reicht voll aus ja ja zwei drei vier fünf sechs achso das sind laternen Mist sechs vom feld achso haben wir jetzt gar keine kürbisse doch 64 und 57 achso ok ja läuft ja dann lass uns los wie funktioniert das nochmal mit der enderperle du wirfst sie du wirfst sie hoch ja wie macht man die enderperle irgendwie acht enderaugen oder so was ja man wirft nicht enderaugen hoch man wirft ja man muss daraus eine enderperle machen äh eine enderauge oder so echt glaub ich wo es vier enderperlen kann man kein enderauge machen wie ging denn das nochmal google mal irgendwie man enderperle macht enderauge macht au machst du das eben ja mach ich eben gut holz erde erde und schnee nehmen wir mit hast du da einen bogen bei ja gut der ist nämlich elementar wichtig das denke ich auch so stgf ender enderchest nein enderpearl gucken wir mal nach der enderperle enderauge ja ich weiß okay eye of ender mal gucken für ein enderauge brauchen wir blaze power und eine enderperle was ist denn blaze power äh das ist das sind das ist das puder nee blaze powder nicht power das ist das puder was die äh feuerspeinenden golddinger im meter haben wir bestimmt haben wir nicht warte mal haben wir hundertprozentig nicht müssen wir auch erst fahren sonst habe ich es nämlich für die dings verballert für die tränke ich glaube das brauchen wir dafür auch müssen wir es unten haben aber nach zweimal werfen ist so ein enderauge kaputt da also brauchen wir ein paar mehr gar nicht wahr das ist mir neu doch ich meine schon es ist ja ich habe mich verjagt was müssen wir jetzt dings suchen blaze viecher können wir gleich beide jagen auch die schwarzen viecher das wird sowas von anstrengend hier einen haben wir ein blaze power haben wir kann man aus den ruten was auch welche machen weiß ich nicht ja hier 8 ja so dann haben wir jetzt neun enderaugen acht treibt der schnelligkeit ist das stärke wirkt sich der angussschaden nur aufs schwert aus oder auch auf auf den bogen kann ich dir nicht sagen spontan würde ich sagen auch auf den bogen ok ich nehme mal ich habe mal zwei heilungstränke mit und einen stärketrank so also haben wir jetzt genug ja neun ich glaube nicht dass neun reichen werden ja dann lass uns noch ein paar jagen ich würde dabei verrecken wir schon eck hallo wir sind mega krass gekippt das macht mit nix ja du stirbst halt immer ich sterb halt immer und die scheußen mal hier rein so ist die schweinendempel das sind wir hier für schütt geht so wirst du das landschaft heruntergeladen ahja jetzt sind wir durch wir machen das so du schießt mit deinen mit fein und bogen die ganze zeit auf die dinger drauf ja und wenn irgendwas stirbt sammle ich das ein also ich bin der der kämpft ja ich bin legolas und du bist krimi ja ich bin hier runter gerannt ne ja du auch i have my axe riecht gut so was haben wir hier denn für viecher ich seh hier so wenig zu dunkel ich mach mal die helligkeit ein bisschen höher glaube ich so wirklich ein bisschen dunkel 21% naja ich hol mal eben mein resource pack rein hast du die ganze zeit ohne gespielt ja ja hab ich nicht gemerkt ist ja ekelhaft da hast du ein schwarzes vieh ah gleich viel besser ich bleibe einfach mal im feil gegen den kopp ist auch gleich viel gleich viel da oben ist einer was ist da da oben ist einer einer von den skulldingern ja von den schwarzen ja hier kommen doch die goldenen raus aus dem ding hier genau müssen wir hier nur warten außer die spawnen jetzt nicht mehr weil wir dings gemacht haben weil wir was gemacht haben weil wir die fackeln da rundherum gemacht haben ah ne da ist einer da ist einer da ist einer da ist einer ja ich töte gerade zum schwarzen ok der ist tot warte ich hol mal das was da hat er der lässt nur knochen fallen ja ich sag ja das farm dauert so ich hab ihm einen gegeben noch einen ok er ist tot aber das war ne doofe stelle ja ich merk das gerade lockte mal schwarze ran hier so schwarze ranlocken das ist voll oh fuck alter 2 ja fünf lohnruten lohnruten da ist übrigens so ein schwarzer ne hier so um die ecke aber ich bin angelockt wuuhh oh oh gott oh gott oh gott oh was war das denn was war das denn was machst du jetzt wo bist du ich bin hier irgendwo am rand bist du fast in die lava gefallen ne hä du bist vergiftet du bist vergiftet bleib da ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß er dich erwischt auf jeden fall ich glaube er ist runter gefallen ja ne ich hab ihn getötet ok hat er was verengen lassen ja kohle super das kommt noch ein paar goldene hier wir haben schon 18 staub haben sie staub nein haben sie staub nein haben sie staub nein wie viel braucht man von diesen aua ich brenne wie viel was was lassen die noch mal fallen diese die schwarzen dinger halt diese schädel und wie viel brauchen wir davon drei 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 da sind noch zwei los pfeile action los warte ich wohl hat beide into fire spiel mit dem feuer entdeckt oh ich hätte jetzt nur den drang den hier runter zu schützen aber dann haben wir eine meute aufwand scheißegal da oben sind ganz viele von diesen schwarzen ja ja super kommen wir da hoch weiß ich nicht irgendwie ich glaube nicht die dinger fressen nur 22 feine sind die da und deine feine ja was haben die denn stärke und endlich und flamme stärke wie viel drei herr ok meine fälligen jetzt gewerb stimmt das war eine eingesammelt ja ja man da unten komme ich ja eigentlich hin und zu sterben ja auch mal mit der spitze da irgendwie hoch oder so hier der seite ich will die schwarzen piecher haben wenn du mich deckst na ja das ist glaube ich so ich komme jetzt wieder vorsicht das war nix warum darum okay ich habe überhaupt keine feuerresistenz dran kummer das magma vieles runtergefallen da ist vorsicht vorsicht da ist vorsicht ja das war wir so ganz viel hier wir haben jetzt mittlerweile genochen 34 von diesem staub er noch abfahrt und ich noch schwarze jagen war wieder wie sie rassistisch sie rassistisch sich das wie heißt es ist er der schwarze jagen nil ist nicht lustig so meinte ich das nicht oh mann und mann und kinder zu tun mit schutzer immer fackeln anbringen als wenn das hier nicht hell genug wäre hier sieht man doch gar nix miau schon wieder 20 level äh 19 fast 20 22 jetzt kommen schauen dann dauert denn das heute alles so aber ich freue mich jetzt auf die jagd nach dem brachen gut hier ist den staub ja ich habe jetzt muss ich einfach nebeneinander klatschen haben sie staub nein haben sie staub nein haben sie staub nein ich noch machen nein haben sie staub nein haben sie staub nein was ich noch mehr machen ich behalte sie so ist das auf dem dach oder was ein glück bist du hinter mir ich habe auch neun ja ich habe euch habe ich kann noch mal 16 machen im mutteria ist cool und es reicht ja wir rennen jetzt einfach erst mal ein stück und dann machen wir warten ein bisschen bis wir es wieder was geht hier ab ja attacke scheiße au warum erleben die in der sonne wegen der rüstung keine ahnung soll ich mach nochmal eine hier das ist ein buck da da warte bis sie runter fällt ich glaube die gehen gar nicht kaputt ich glaube schon hoffentlich ist es nicht zu weit wir hätten uns vielleicht ein bett mitnehmen sollen falls wir sterben wir sterben nicht schur ja oh wir müssen nochmal zurück warum ich habe keinen schnee und keine kürbisse mit ja die habe ich bleib da stehen nicht mit oder kann ich nur noch betten mitnehmen ich habe mich ja meiner sachen entledigt bevor wir gegangen sind ich dachte mir wenn ich sterbe dann müssen wir nicht nochmal schnee holen sind zumindest die sachen safe genau hättest ja auch gleich dein schwert meine rüstung da lassen können ja ja das wäre doch eine sehr gute idee gewesen die Wände nicht weg gewesen wenn du gestorben wärst das stimmt einfach nackt reinlaufen in meter ja ist ja auch schön warm da ne brauchst du ja auch nichts anzuziehen stimmt ich bin jetzt mit dem 20 ja es mir war ich finde das schön scheiß Huhn die Mauer muss fettig werden das haben sie sich damals wahrscheinlich auch gedacht helfen ich sollte heute echt mal aufpassen was ich sage ne ja vielleicht schwarze jagen Mauer fertig bauen meine Güte Fettnäpfchen und Fettnäpfchen ja fette Fettnäpfchen fett 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 ich bin nicht fett ich habe nicht gesagt ist ok so und die ganze scheiße tue ich jetzt erst mal raus spontan ob wir den Tag geleben wenn da äh bis da oben fertiges Schloss thront ne meinst nicht bis dahin sind wir 35 und geben unsere Let's Player Karriere auf 35 gebe ich meine Let's Player Karriere nicht auf